Es ist ganz eng wie die Musikladen verbunden, denn hier hat es in Deutschland ihre erste Fernsehpremiere bei uns mit La Bagarre. Vielleicht erinnern Sie sich, hier mal wieder, Amanda Lier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.